Hallo, ich bin Hans Wagner, ich bin Musiker und in verschiedenen Bereichen tätig. Ich habe eine Band namens Neuschnee, dann bin ich als Theatermusiker tätig, komponier die Musik oder bin als Bühnenmusiker auf der Bühne, dann mache ich noch Musikproduktion, vor allem für Pop und habe ein Mastering-Studio und bin auch als Studiomusiker manchmal engagiert, als Chillist oder andere Instrumente wie Seiteninstrumente. Ich habe mich nicht in dem Sinne bewusst für den Beruf des Musikers entschieden, sondern ich bin da mehr oder weniger reingewachsen, weil ich schon seit dem Kindesalter an Musik mache und das immer mehr gemacht habe und in manchen Bereichen bin ich da einfach so reingerutscht. Dann war schon die Entscheidung, irgendwann auch Musik zu studieren. Aber letztendlich habe ich probiert, aus meiner Leidenschaft dann einfach mehr zu machen und stand dann einfach irgendwann an dem Punkt, ich muss jetzt Geld verdienen, das heißt, ich muss jetzt irgendwie in meiner Selbstständigkeit oder was auch immer probieren, damit auch Geld zu generieren. Und so habe ich damit angefangen eigentlich. Die größten Stolpersteine für mich in meiner Berufswahl als Musiker war für mich persönlich, eigentlich einen eigenen Weg zu finden, dadurch, dass ich jetzt nicht ein Studium oder eine Ausbildung habe, die ich dann konsequent weiterverfolgen wollte und konnte. Also ich war jetzt nicht zum Beispiel dann ausgebildeter Pianist und kümmere mich jetzt um die Karriere eines Pianisten, sondern ich musste meinen Weg finden, der am besten zu meinen Fähigkeiten, die ich habe, passt. Und das hat wirklich lange gedauert. A, dann auch wirklich damit genug Geld zu verdienen und B, überhaupt auch sich so vorzustellen und erst mal sich quasi einen Namen in Anführungsstrichen zu machen, dass die Leute einen für bestimmte Dinge fragen. Das war für mich das Schwierigste. Und Meilenstein war dann sicher, als ich dann gemerkt habe, dass diesen Traum, dieser Art und Weise auch zu leben mit der Musik, sehr vielseitig alles Mögliche zu machen, dass das dann irgendwann angefangen hat zu funktionieren und ich mittlerweile sogar einige Kindheitsträume verwirklichen konnte, wie zum Beispiel auch mal etwas für Orchester zu schreiben und mit diesem Werk dann auf der Bühne zu stehen. Das war sicher für mich dann ein Meilenstein, weil das dann auch mehr das Künstlerische dann hatte, als jetzt, dass ich jetzt megamäßig Kohle damit verdiene. Wogegen ich natürlich auch nichts hätte, aber deswegen mache ich das ja nicht. Musik, wirtschaftliches Know-how ist in meinem Berufsalltag sehr wichtig, besonders was die Musikproduktionsseite angeht und für Popmusik vor allem, weil da geht es ja auch um Aufmerksamkeit und um Radio Airplay und das Ganze und Videos und da geht es noch am ehesten auch darum, dass man sich überlegt, wie viel Geld investiert man und dann muss man sich überlegen, okay, was heißt das dann, wie viel muss dann was einspielen und es ist viel mehr so eine betriebswirtschaftliche Rechnung, als jetzt, wenn ich einfach mal dann einen Werkvertrag habe und für ein Theater Musik mache, also das merke ich schon, dass es auch sehr viel mehr Energie und Zeit frisst und ich das alles mit Learning by Doing gelernt habe und immer noch lerne und sicher dann noch nicht zu Ende gelernt habe, auch weil die Zeiten sich ändern, es nicht mehr so um CD-Verkäufe geht, sondern mehr um Streaming und Video und nimmt man damit dann was ein, wie viel und wie teilt man das weniger auf, das, was man da kriegt und wer kriegt es, wie macht man das mit Labeln und Verlagsdeals und so, das ist alles wirklich, finde ich, schwierig da irgendwie von vornherein zu wissen, das machen wir so und es passt und es ist wirklich, dadurch, dass sich halt irgendwie auch die Konsumentenseite halt da ändert, das Verhalten und so, das ist echt schwierig da irgendwie, finde ich, zu sagen, das mache ich so und jetzt zieht man das für immer durch, also da merke ich schon, es frisst auch sehr viel Zeit und Energie und da lerne ich immer noch dazu und würde gerne Kurse dafür besuchen, wie macht man das so, dass es am besten ist für alle und dass man nicht auch am Ende das Gefühl hat, man trägt vor allem das Risiko, wer zahlt hat, wie viel Geld und was macht man für Deals, das finde ich wirklich noch sehr schwierig einzuschätzen. Dadurch, dass ich mir den Berufsalltag früher nie so konkret vorgestellt habe, wie das dann genau aussehen wird, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich, dass das komplett anders wäre, aber mir fällt schon auf und damit habe ich nicht gerechnet, dass vor allem als Selbstständiger natürlich man sehr viel mit der musikwirtschaftlichen Seite und so beschäftigt ist, das hätte ich nicht gedacht. Mit konkreten Ratschlägen, da tue ich mir noch gerade schwer, weil ich das selber noch das Gefühl habe, dass ich da mittendrin stecke und noch Sachen lerne und jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt da den Masterplan habe. Ich habe nur für mich selber gemerkt, dass es dann irgendwann wichtig war, dass ich für mich selber definiere, was will ich machen, was will ich nicht machen, wie viel ist die eigene Arbeit dann auch wert oder sollte sie wert sein und was das musikalische oder künstlerische angeht, auf jeden Fall auch, auch wenn mir es manchmal dann vielleicht schwer viel oder auch schwer fällt, weil es alles so mühsam ist, halt irgendwie seiner Vision zu vertrauen, für sich selber zu finden, was ist die eigene Vision, sie zu definieren und sich auch konkrete Sachen zu überlegen, wo will man hin, was will man auch machen, sei es halt in der Musik, was willst du genau machen, wie soll es klingen, auch ein Musikvideo, also sich wirklich die eigene Kunst, die man macht auch zu überlegen, weil meine Hoffnung noch ist, dass das natürlich am Ende bleibt und man dann auch Jahre später noch darauf zurückblicken kann und sagen kann, ja, besser konnte ich es nicht, besser habe ich es nicht gewusst, aber es ist irgendwie stimmig und es gefällt einem später noch. Jedenfalls ist das, was mich noch irgendwie antreibt und auch dabei hält, wenn es mal schwierig ist. Was rechtliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen angeht, ist es bei meiner Berufswirklichkeit nur so zum Beispiel, dass ich merke, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, die irgendwie dazu gehört, auch jetzt durch die Streaming-Anbieter und so, ständig immer die Frage, dass man irgendwann das Gefühl hat, was muss ich machen, damit Leute mich sehen, um in bestimmte Kanäle zu kommen. Da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwann auch das Kreative an sich so beeinflusst, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie noch sehr viel mitkriege von dem rein künstlerischen Potenzial, was jetzt eine Gesellschaft hat. Darum würde ich mir da sicher wünschen, dass man da irgendwie einen anderen Weg findet und sich auch überlegt, halt jetzt natürlich konkret, wie ist das mit den Tantiemen und Geldausschüttungen, die da bei den Streaming-Anbietern generiert werden. Wer kriegt die, wo gehen die hin und wie kann man das so organisieren, dass man am Ende nicht irgendwie als Künstlerin Künstler das Gefühl hat, eigentlich immer, dass man irgendwie dann doch zu kurz kommt, obwohl man so viel Energie, so viel Arbeit und teilweise auch Geld reinsteckt. Und gesamtgesellschaftlich habe ich jetzt schon darüber nachgedacht, ob das nicht mal cool wäre auszuprobieren. Andere Modelle wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, um zu überlegen, ob man nicht auch an der Gesellschaft anders organisieren kann, die nicht prinzipiell aufgebaut ist nach diesem, ich muss jetzt arbeiten und damit Geld verdienen als Erwerbsarbeit und infolgedessen sich dann halt anhören müssen. Und das war oft so dann auch in meinem Umfeld, meiner Verwandtschaft, aha, du machst Musik, wie kann man denn davon leben? Und wenn man sich wirklich dann nur die Frage stellt, ich mache jetzt was, weil ich davon leben muss und es hat nichts damit zu tun, ob man es gerne tut oder nicht, es muss jetzt nicht mal Musik sein oder was Kreatives, dann finde ich das schon ein bisschen eigenartig, weil das Leben soll ja irgendwie auch für einen sich gut anfühlen und Sinn machen und man soll nicht ständig diesen Druck, diesen Stress spüren, dass man da irgendwie was beweisen muss. Darum würde mich das interessieren, das einfach mal auszuprobieren, wie das ist, wenn jeder ein Grundstock auch an Geld kriegt, um dann ein bisschen freier auch zu überlegen, was man noch machen kann und gestalten kann.